Ich wollte den Menschen helfen, aber ich bin nicht mehr das, was ich war. Wieso lässt er uns glauben, er wäre tot? Ich fürchte, ein Teil von ihm ist weg. Ich will einen Deal aushandeln. Fisk ist draußen und wir müssen ihn aufhalten. Ihr seid beide in Gefahr. Im Moment bin ich New Yorks Sündenburg. Die Stadt braucht ein neues Feindbild. Wann haben Sie zuletzt mit Murdoch gesehen? Was wird Matt vorgeworfen? Ich glaube, mit Murdoch wird ein Abbeleben. Es gibt nur einen Weg, mich aufzuhalten, aber den werden Sie nicht gehen. Sind Sie da ganz sicher? Pass bloß auf, dass du dich nicht selbst in ein Monster verwandelst. Die deutsche TV-Premiere von Marvel's Daredevil Staffel 3. Ab 6. August 20.15 Uhr auf Sci-Fi.